Jazzbrunch im Gasthof Post in Tullnerbach. Sieben Herren auf der Bühne begeistern ihr Publikum mit Jazz, der Stilrichtungen Blues, Latin und Swing. Im Hauptberuf sind die Musiker Manager und Direktoren, ergänzt durch zwei Profimusiker. Ihr Hobby stellen sie in den Dienst der Wohltätigkeit. Durch den Verzicht auf jegliche Gage können alle Spenden zur Gänze für ein soziales Projekt in der Region verwendet werden. An den Saxophonen Peter Pichler, Klaus Wegenkittel, Norbert Zimmermann und Peter Natterer. Alexander Götzinger Keyboard, Richard Barnard Bass und Wolfgang Matera an den Drums. Als Musiker benötigen Sie dieselben Fähigkeiten wie in Ihren Managerberufen. Einfühlungsvermögen, Kompetenz, Konzentration, Teamgeist und Mut zur Innovation. Das beweisen Sie auch auf Ihrer Musik-CD Emotions, auf der gleich sechs Eigenkompositionen zu hören sind. Musik Am Sonntag, dem 12. Juni 2016 ist es wieder soweit. Die Swinging Leaders kommen als Top-Event des LC Burgersdorf in den Schödlstadel des Gasthof Post in Unterthulnerbach. Neben dem Jazz-Brunch gibt es auch wieder eine große Tombola mit vielen schönen Preisen. Hauptgewinn ist eine Besteckgarnitur der Marke Berndorf im neuesten Laserdesign. Musik Musik Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020